ist Geda Lewis, 28, etwa wieder in festen Händen. Nach der Trennung von ihrem Die Bachelorette, Gewinner Kenorist und dem darauf folgenden Liebes-Aus mit dem Sportler Melvin Pelzer, 26, ist es um das Liebesleben der einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatin ruhig geworden. Sie schien sich in letzter Zeit mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Jetzt wurde die ehemalige TV-Rosenverteilin mit einem unbekannten Mann beim Händchenhalten erwischt, Promi-Flash liegt davon ein Foto vor. Auf der besagten Aufnahme, die Promi-Flash jüngst zugespielt wurde, sieht man Gerda und den offensichtlich athletischen Begleiter in einer Bar sitzen. Beide schauen zur Seite und er hält ihre Hand. Sieht ganz so aus, als würden die zwei sich schon länger kennen. In welcher Beziehung die beiden miteinander stehen, ist bis dato nicht bekannt, dass Geda überhaupt in einer Beziehung ist, ist ebenfalls nicht offiziell bestätigt. Zuletzt verrät sie noch folgendes über ihr Liebesleben, Ich bin nicht auf der Suche nach einem Mann, sagte sie gegenüber Promi-Flash erst vor wenigen Tagen in Bezug auf ihr Liebesleben. Außerdem fände sie es nicht so toll, einen Mann über Social Media kennenzulernen. Tipps für Promi-Flash? Einfach e-mail n-tipps-at-bromi-flash.de & b und rottuch-at-bromi-flash.de und rottuch-at-bromi-flash.de Untertitelung des ZDF, 2020